Läuft. Oh, guck mal, wir sind in Uncharted 1 drin. Ja, den Dschungel kenn ich. Den hab ich schon mal gesehen. In mindestens zwei Teilen vorher. Nein, wir sind im Osten. Ja, aber... Frankreichs. Also, komm, der Dschungel sieht eigentlich fast immer gleich aus. Egal, wo du bist. Es ist doch kein Dschungel. Frankreich ist doch Wald. Aber es sieht tatsächlich Dschungelmäßig aus. Ja, ne? Also, deswegen meine ich. Ich finde, so diese... Dieses Setting sieht eigentlich fast immer gleich aus. Egal, wo auf der Welt du dich befindest. Tja, außer in Assassin's Creed 3. Ein Grashalm ist immer ein Grashalm. Außer in Assassin's Creed 3, weil da sind die Bäume so gepflanzt, dass man oben drüber klären kann. Ich hab mich auch immer gewundert. Bei Stargate zum Beispiel sehen die Wälder auf dem Planeten alle immer aus wie in Kanada. Ich weiß nicht, warum. Ne, ja, verstehe ich auch nicht. Jedes Mal, weißt du, du hast diese Technik, wo du überall in der Galaxie rauskommen kannst mit den Toren. Und du hast das Gefühl, du bist immer wieder auf der Erde unterwegs. Ja, du bist immer irgendwie wie im kanadischen Wald, immer. Gut, da laufen Leute mit komischen Rüstungen rum, aber ansonsten, die Stäbe haben, die Laserstrahlen schießen, aber sonst... Ja. Ach, komm mal. Schönes Wasser. Sogar die Steine sind so ein bisschen grün. Ja, alles schön vermost. Hm. Huch. Na, es sieht aber tatsächlich schon eher so ein bisschen nach Laubwald aus, oder? Ja, ja. Ein wenig. Das Schöne bei solchen Settings ist ja, gerade durch die Bäume kannst du halt sehr schön mit dem Schattenwurf arbeiten, dass immer mal wieder hier und da so ein paar Lichtstrahlen durchkommen, die dann sich durchs Blattwerk kämpfen. Das, finde ich, schafft immer sehr schöne Stimmungen. Apropos Schattenwurf. Du hast Dings noch nicht gespielt, Drive Club, ne? Ne, hab ich nicht. Weil, äh, wenn du da im Dunkeln fährst, Nachtrennen, dann werfen die gegnerischen Autos Schatten von deinen, also was von deinen Scheinwerfern ausgeht. Das sieht total geil aus. Wenn du also hinter denen rechts, links irgendwie hin und her fährst, dann verändern sich halt die Schatten entsprechend. Das sieht ziemlich cool aus. Okay. Hab ich so auch noch nicht gesehen. Hast du das eigentlich schon online gespielt? Weil es gibt ja da im Moment noch die starken Serverprobleme. Ja, also ich hatte es tatsächlich auch bisher erst einmal, dass ich Verbindung zum Server hatte. Okay. Ein einziges Mal. Weil die deswegen ja auch diese abgespeckte PS-Plus-Version ja auch noch verlegt haben, weil die die Serverprobleme haben und das nicht so gebacken bekommen im Moment. Ne, und wenn du online spielen willst, musst du sowieso erst mal einen Club gründen. Und da ich irgendwie ja niemanden habe, der mit mir spielt, kann ich keinen Club gründen. Ach so. Anders geht das nicht? Ne, du brauchst mindestens zwei Mitglieder. Ah. Aber wenn ich jetzt diese, wenn dann das dann irgendwann mal richtig funktioniert, diese PS-Plus-Fassung da hätte, dann könnte ich das dann auch damit hoffentlich machen. Oder wäre ich dann so eigentlich... Dann wäre die erst zu zweit. Ja, ja. Dann sind wir zu zweit. Dann müsste es gehen. Dann könnte man zumindest einen Club gründen. Oh, schönes altes Auto. Ja, müssen wir mal gucken. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Weil Forza Horizon auf Xbox One geht ja nicht ohne die Konsole. Ja. Aber es ist tatsächlich das bessere Spiel. Also das gebe ich zu. Und mich würde es auch mehr reizen, ehrlich gesagt. Aber da mich The Crew überhaupt nicht reizt... Ich wollte gerade sagen, dann spielt doch The Crew. Aber... Nee. Es ist doch Ubisoft. Ja. Hey. Rennen, was zweieinhalb Stunden dauert. Viel Spaß. Juhu. Merkt euch das Gebäude, denn wir werden es nie wieder in diesem Zustand sehen. Weil das ist, glaube ich, auch in den Trailern drin gewesen. Das geht in Flammen auf. Boah, ich hatte für den Moment die Angst, dass du sagen würdest, wir werden es nie wieder verlassen. Das ganze Spiel ab diesem Punkt spielt nur noch in diesem Gebäude. Es wird plötzlich zu Resident Evil, ja. Ja. Du übertrittst dieses Herrenhaus und du wirst es nie wieder verlassen. Ja. Nee, nee, es fackelt ab später. Und das war halt, wie gesagt, auch schon in den Trailern drin. Deswegen ist das nicht wirklich ein Spoiler. Oh, oh, oh. Ich will einen kleinen Spoiler machen. Das stimmt, ja. Kleiner Spoiler. In The Evil Within gibt es auch wieder ein Herrenhaus. Oh. Fackelt das ab. Weil sonst ist es nicht so cool wie ein Charter. Und... Da brauche ich es eigentlich gar nicht spielen. Also so viel wollte ich jetzt nicht verraten. Also mehr sage ich nicht. Also fackelt das wahrscheinlich doch ab, ja. Ich sage nichts dazu. Es würde nur darauf hinauslaufen, dass ich sonst noch wichtige Plot-Sachen sage. Und das meine ich nicht. Oh, das sage ich dann. Was ist gerade mit dem Lichter? Ja. Ja, da gab es irgendwie einen Beleuchtungsfehler. Das sah jedenfalls so aus. Oh. Wie gesagt, ich glaube, das ist mittlerweile echt... Da haben sie Spaß dran gefunden. Aber wäre das jetzt The Last of Us gewesen, hätte er sich aufgespießt und wäre nie mehr hochgekommen. Ja. Müsste erst mal für drei Monate trocken liegen. Genau. Und müsste von Ellie gerettet werden. Äh, von Sully. Und im DLC kann man dann spielen, was Sully in der Zeit dann gemacht hat. Ja, ja. Nee, Sully ist vergangen. Wie hieß der DLC? Left Behind. Moment. Ja, okay, das wird keinen Sinn machen, wenn man Sully spielt, weil Sully auch sich selbst aufpassen kann. Aber... Nee, 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 da wird es bestimmt ein DLC geben. Das ist doch bei der Remastered-Version, ist das doch schon mit eingebaut, ne? Ja, ist schon direkt mit drin. Was auch sehr angenehm ist. Also das war ja... Ich meine, ich hatte ja das Hautspiel sowieso noch nicht gespielt, aber dann direkt da mit dazu auch den DLC zu haben, das war ganz cool. Ist der in der Story mit eingebunden oder musst du den separat starten? Nee, der ist separat im Menü drin, also den musst du dann schon auswählen. Also wenn du es chronologisch haben möchtest, müsstest du wirklich in dem Moment dann pausieren und dann den DLC separat starten oder... Was echt schade ist, dass sie denen nicht die Option geben, das chronologisch zu spielen, weil das ist ja wirklich mitten in die Story eingebunden. Ja, ja. Also eine Hälfte. Ja, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der DLC wirklich schon ein extremer Bruch zum Spiel ist, weil es sich wirklich komplett anders spielt. Na gut, die Passagen, die du da in der Mall spielst, nicht. Das ist ja okay. Nee, also das, was da teilweise an extrem ruhigen Szenen drin ist, das ist, ich finde schon ein ganz schöner Kontrast. Also so hast du das eigentlich im Hauptspiel nicht, in der Form. Nein, ich meine in der jetzigen Mall, wo die dann die Medikamente sucht für Joel und so. Das würde ja passen. Ja, aber diese Vergangenheitsepisoden dann. Ja, die Vergangenheitsepisoden mit Riley, das wäre wahrscheinlich ein bisschen Bruch. Weil das ist ja wirklich schon doch ein sehr großer Unterschied sonst zum Spiel halt. Sollte da nicht noch ein DLC kommen? Oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Nur Multiplayer. Okay. Kein Singleplayer mehr. Also es gab halt diesen einen... Obwohl, das war glaube ich sogar... War es in zwei Teile geteilt oder war das als ein Ding, dieser Story-DLC? Das war ein Ding. Der war als eine. Okay. Irgendwie musste ich gerade so an Bioshock Infinite denken, wo sie halt in zwei Parts aufgeteilt haben, diese Story-Erweiterung. Ja. Ja, und genau da habe ich den Fehler halt gemacht. Bei Bioshock bin ich hingegangen und habe mir die DLCs, also den ersten einzeln gekauft und habe mich danach in den Arsch gebissen, dass ich mir nicht den Season Pass geholt habe. Und bei Last of Us bin ich dann hingegangen, wie der DLC rauskam. Ich denke, oh ja, kaufst du direkt einen Season Pass, weil da sollen ja noch mehr kommen. Ja. Den hätte ich mir da aber klemmen können, weil es eben nur einen Story-DLC gab. Aus dem Grund, dann hole ich mir dann keinen Season Pass. Wenn sie nicht klar sagen, was kommt, dann warte ich lieber. Wenn die nur sagen, ja, da kommen noch so drei DLCs, dann warte ich erst und hole mir dann eventuell dann auch nur einzeln den Story-DLC. Du bist da nicht hochgesprungen, weil die Töpfe Gold sind, oder? Doch. Ich habe gedacht, ach, das kann man sich festhalten. Das ist was zu klettern. Da hatte ich das Spiel verarscht. Wie diese Farben-Codierung denn, ne? Funktioniert. Verarscht. Ach Gott. Das sah aber doch tatsächlich so aus, als wenn man da klettern könnte, oder? Ich fand schon. Uncharted 1 bis 3 kamen ohne Story-DLC aus, ne? Da waren vielleicht ein bisschen Multiplayer-Geschichte. Ich weiß, dass Teil 3 sehr viele Multiplayer-DLCs hatte, ja. Ja, alles nur Multiplayer. Keine Story. Wobei das halt auch so ein Spiel ist, wo ich nicht checke, weshalb das ein Multiplayer braucht. Weil A, wie gesagt, das Ballern in Teil 3 ist schrecklich. Und B, zocke ich das doch, wenn, wegen dem Spektakel und der Geschichte. Ja, bei The Last of Us habe ich das noch nicht verstanden. Da ist ja auch Multiplayer drin und wurde auch noch erweitert über DLCs. Aber mich hat das wirklich null gereizt. Ich habe nicht mal da drauf geklickt auf den Menüpunkt Multiplayer. Ja, weil das nicht einfach zum Spiel passt. Ich finde, das ist wirklich eine Pest, dass die Entwickler denken, die müssten das reinballern. Und das frisst Ressourcen. Sie können sich nicht auf das Hauptspiel konzentrieren. Und das ist oft genug schon in die Hose gegangen. Ja, ich denke, auch wenn es oft verneint wurde, dass ein Mass Effect 3 hätte noch besser sein können, hätte man gesagt, Multiplayer brauchen wir nicht. Was wir da vorher auch so gemacht haben. Das war ja auch ein reines Singleplayer-Ding. Und ich meine, man konnte den Multiplayer durchaus spielen von Mass Effect 3. Der war jetzt kein kompletter Griff ins Klo. Da war es aber blöd, dass sie das integriert haben in den Singleplayer. Das ist ein absolutes No-Go. Weil es halt Leute wie mich gibt, die nicht online spielen. Ja, das dazu. Und wie gesagt, das war eigentlich unnötig. Ja. Meine Frage. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Framerate hier gerade so ein bisschen spinnt? Ja. Ja, es läuft nicht ganz rund. Jetzt ist die Frage, ob es beim Videokodieren passiert ist oder ob es tatsächlich... Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass das im Spiel so gewesen wäre. Muss wohl ein Fehler in der Videokodierung gewesen sein. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das bin nämlich gerade auch aufgefallen. Das Bild war eben geil. Oh, schade ist es nicht. Ich würde gerne nochmal zurückblättern. Dass er der Tusse da Hörner drauf gemalt hat. Das fand ich so schön. Okay, der guckt auf den, der guckt auf den und jetzt müssen wir die Dinger drehen. Oh, das hat sich gereimt. Hut ab. Oh, ein goldenes Schild. Wer hat denn das jetzt poliert? Weißt du, alles ist hier verfallen, vermoost, verwachsen, aber das Schild glänzt wie am ersten Tag. Wer kommt denn da jetzt hin und poliert ausgerechnet die Teile? Tja, gute Frage. Das wird der Framerate, stört mich jetzt gerade ein bisschen hier. Ich hoffe, das ist im nächsten Part wieder weg. Du machst das schon die ganze Zeit, aber das Spiel denkt, ich erkläre es dir trotzdem mal. Ja, ja, gut, ich wusste ja was, wie es geht. Da kam auch schon die Rußwolke raus aus dem Kamin. So ein Kamin ist auch immer so ein beliebter Ort für Geheimgänge. Also das Bücherregal, Kamin, das sind so die Klassiker. Ja, und noch nie hat ein X eine wichtige Stelle markiert. Ah. Wie gesagt, ich glaube, die Entwickler haben sich gedacht, hey, komm, wir lassen ihn wirklich durch die Hölle gehen in diesem Spiel. Ja. Weil das ist echt, also hier ist das eher auf lustig getrimmt. Im zweiten Teil hat sich das noch so bierernst genommen, wenn das passiert ist. Aber hier haben wir halt diese komischen Gesichtsausdrücke von Drake und alles. Ich liebe diese. Ich gehe dann hier lang und du gehst da lang und irgendwie treffen wir uns dann da hinten. Ja. Ach, das ist schön. Auch die Charaktere fassen das deutlich lockerer auf. Das ist toll. Das war klar, dass ich hier runterfallen würde. Ist nicht schlimm, wir treffen uns dann da hinten. Was war das gerade? Da war die Hitbox. Eine unsichtbare Wand. Die Hitbox war sehr schlecht platziert. Da wieder God of War 3. Ja. Das ist sogar 1 zu 1 mit der Kameraperspektive. Solche durchfetzt Szenen gibt es auch sehr häufig in Evil Within. Ist im Moment wieder in Mode. Spinnen. Ja, das letzte Geinlage gibt es hier genug. Das ist komisch. Weißt du, in Teil 1 und 2 war das halt absolut nicht so. Und jetzt im dritten Teil ist es, das fällt einem erst auf, wenn man den Kontrast hat zu 1 und 2. Boah, das ist aber sehr trübes Wasser. Ja, guck mal, und du hast gesehen, hast du gesehen, wie weit er getaucht ist? Also einmal nach unten. So, und jetzt kannst du zwar da unten rumschwimmen. Es kommt nachher mal eine Stelle, da ist ein Schatz unten auf dem Grund. Ey, meinst du, ich hätte gekriegt? Ich bin nicht in der Lage, da runterzutauchen und den Schatz zu holen. Ich weiß nicht, warum. Also bei dem drüben Wasser hätte ich aber gerne eine Taucherbrille. Also das ist ja... Ja, ohne Taschenlampe am Kopf oder so. Das ist ja eine grüne Suppe. Ja, Licht ist immer ein Zeichen. Ja. Hätten wir doch nur ein Seil. Bräuchten wir wieder Tänzchen aus dem zweiten Teil, der hat ja mal Seile dabei gehabt. Ah, stimmt. Wie war das eigentlich mit dem? Ist ja nicht... Ah, nee, nee, Quatsch, der ist gar nicht draufgehangen, der hat man ja später wieder getroffen. Ich erinnere mich wieder. Ja, ja, genau, musst du ja im Dorf dann da noch aufräumen. Das Dorf, wo du durchgelaufen bist und Tiere gestreichelt hast. Ja, ja. Und nachher Panzer vernichtet hat. Ah, guck mal. Habe ich gar nicht mitgerechnet, dass das jetzt passiert. Das ist ja jetzt wirklich Dark Knight Rises hier. Ich hätte gerne jetzt noch die Musik dazu. Ja, die Cutscene läuft jetzt wieder mit normaler Geschwindigkeit. Also irgendwie komisch. Warum fallen wir, Bruce? Gut, tschüss. Und der wird jetzt irgendwann zu Batman werden und da hochkraxeln. Er wird sich erst seinen Rücken brechen. Nein, nein, nein. Batman war ohnmächtig, als er da runtergepackt wurde. Das muss Bane gewesen sein. Okay. Er hatte schon die Platze dafür. Ja, Batmans Aufstieg sehen wir dann im nächsten Teil.